Jo, moin Leute! Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Gruppenphase in der Europa League Tippspiel Saison 2018 und 2019. Akdam gegen Poltava. 3 zu 1 für Akdam. Dann Sporting Lissabon gegen Arsenal London. 2 zu 4 für London. Gruppe F Azeem Mailand gegen Vitis Sevilla. 5 zu 3 für Mailand. Und Düdlingen gegen Piraeus. 0 zu 3 für Olympiakos. Piraeus. Gruppe G. Glasgow Rangers gegen Spartak Moskau. 3 zu 2 für Glasgow. Villarreal gegen Repetwin. 2 zu 0 für Villarreal. Gruppe H. Frankfurt gegen Limassol. 5 zu 0 für Frankfurt. Und Marseille gegen Lazio Rom 2 zu 1 für Olympique Marseille So, das war's mit dem zweiten Teil der Gruppenfasertippspiele Europa League Saison 2018-19 Bis bald, ciao!